Tassin-la-der-Miloune ist eine südfranzösische Gemeinde mit 21.102 Einwohnern in der Metropole de Lyon in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Die Gemeinde ist zugleich Hauptort des Kantons Tassin-la-der-Miloune. Geografie Tassin-la-der-Miloune liegt in unmittelbarer Nähe zu Lyon am Fluss Iseon. Angrenzende Gemeinden sind Geschichte 980 wird der Ort erstmals urkundlich erwähnt. Seine Wurzeln reichen wie die Lains in die frühe Zeit zurück. Hier wurde schon in den römischen Zeiten die Querung des Iseon genutzt. Das Chateau von Tassin erscheint in einer Urkunde von 1076. Einwohnerentwicklung Die Bevölkerung entwickelte sich wie folgt. Sehenswürdigkeiten Ur-Château de Grange Blasche Kirche Saint-Claude Römisches Aquädukt de la Brevenne Persönlichkeiten Charles de Perit Geologe und Paläontologe Anne Sylvestre Liedermacherin Marie Tscheck Schriftstellerin Anne Gastine Celestine Guillaume Lacour Fußballspieler Tiffany Fenjat Karateka Weltmeisterin 2008 2010-2012 Jeremy Bertet Fußballspieler Guillaume Jolie Handballspieler Corinne Maitregin Floret Fechterin Weltmeisterin Wohl Floret ometry Hall Hall